Hallo und herzlich willkommen bei Armins Rathaus. Heute zeige ich euch, wie man im Brose E-Bike Display die Uhrzeit umstellt. Dafür müsst ihr das Display anschalten und mit der mittleren Taste die Uhrzeit auswählen. Die Uhr muss eine Stunde vorgestellt werden, das heißt etwas länger auf die mittlere Taste drücken, bis die Stundenanzeige blinkt. Jetzt können wir die Uhrzeit eine Stunde nach vorne stellen, bestätigen mit der mittleren Taste, dann beginnen die Minuten zu blinken. Wenn wir nochmal bestätigen, ist die Uhrzeit umgestellt. Das war's schon. Viel Spaß beim Biken.